Untertitelung des ZDF, 2020 Wie ein gewöhnlicher Mordfall, entwickelt sich zu einem grausamen Albtraum. Oh, Höhepunkt der Tattooierkunst. Vielleicht der Kunst überhaupt. Ich hatte gehofft, dass sie mir vielleicht was über Lins Tattoo erzählen könnten. Der Künstler war ein japanischer Meister im klassischen Stil. Hiro Mitsu. Er hat nur zwölf Tattoos geschaffen. Hier ist es von Lin. Nummer drei. Den Wilson habe ich. Ich brauche die anderen Elfträger von Hiro Mitsu. Und die sind alle als tot oder vermisst gemeldet? Zwei Männer jagen einen kaltblütigen Serienkiller. Sie tauchen ein in eine mysteriöse Welt. Ich verkaufe ihm... Ich verkaufe ihm meine Tattoos. Was sie entdecken, übersteigt die Grenzen jeglicher Vorstellungskraft. Bleiben Sie stehen! Juker! 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 Untertitelung des ZDF, 2020